Klaus-Florian Vogt. Ach nee, guten Tag. Hi. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Welche Klassik heute. Kannst du auch sprechen? Ja, ich muss ja vor allem noch singen, ja. Wir können Playback singen. Du machst jetzt den Mund und ich singe. Achtung. Winterstürme wich in dem warmen Mond. Ach nee, lass mal. Warum kann ich das nicht? Ach, so schlecht war's ja gar nicht. Das war geknötelter Dreck. Erzähl, sag's schon. Was ist wichtig? Wie muss ich singen? Ach, ja, wie muss man singen? So, dass Leute es schön finden, die das anhören. Es ist eigentlich ganz einfach. Also pass auf, eine Minute Gesangsstunde mit Klaus-Florian Vogt. Vogt, Vogt. Winterstürme wich in dem warmen Mond. Ja, das ist doch schon ganz gut. Ja, was muss ich jetzt machen? Eigentlich nur das und ein bisschen mehr Luft pusten. Dann geht das schon. Das heißt, lauter werden dann? Ja, dadurch wird es ja lauter. Wenn du mehr einatmest und beim Singen ausatmest, dann wird es auch etwas lauter werden. Wagner kriegt den Echo-Klassik, Klaus-Florian Vogt kriegt den Echo-Klassik. Viele Leute sagen, gerade vielleicht auch die, die heute im Fernsehen einschalten, Wagner ist kompliziert, ist schwer, ist mir zu lang. Was können wir denen sagen? Ja, lassen Sie die Musik auf sich wirken und geben Sie sich der Musik hin. Dann wirkt es gar nicht mehr lang, sondern es ist einfach nur noch schön. Thielemann sagt, Wagner ist eine Droge. Kann ich bestätigen. Wir begeben uns jetzt in den Rausch.